Hallo zusammen! Game Duells, Guardmas, das zehntes Qualifikationsturnier. Diesmal bin ich richtig gut gestartet. Über 1000 Punkte stehen nach sechs Päckchen, also nach der Hälfte der Liste zu Buche und trotzdem kann ich es mir natürlich nicht erlauben auszuruhen. Ich muss einfach hoffen, dass die Karte weitergeht, dass ich diese Welle weiter surfen kann, denn um am Ende ganz oben zu landen, brauchst du nun mal so die 2000 Punkte. Ich muss also das gleiche Ergebnis noch mal spielen und dann schauen wir mal, ob das möglich ist. Hier natürlich erstmal kein Blatt zum Reizen, das gehört natürlich auch dazu, dass zwischendrin mal eine kleine Flaute eintritt, aber was natürlich wichtig sind, es sind so knapp gewonnene Spiele, so ein paar Schlüsselspiele. Beim letzten Mal hatte ich Glück mit einem Grang, der gerade so auf 61 ging und das sind dann manchmal so zwei, drei Entscheidungen, dass du die richtige Nase hast beim Reizen, dass du glücklich die richtige Entscheidung beim Drücken und bei der Spielansage triffst und dann kann es natürlich mal gelingen. Also schauen wir jetzt, was hier passiert. 33er Reizung, Hinterhand spielt Grang. Ich habe zwei Buben dagegen. Ob das was hilft, das werden wir gleich sehen und das sieht natürlich schlecht aus. Mein Partner wimmelt die Kreuz 10, wahrscheinlich blank. Das heißt natürlich, der Alleinspieler hat nicht nur diesen vollen schon zu Hause, sondern Kreuz Ass wird er auch noch haben, Herz Ass hat er auch und Herz 10 mit König, also zwei weitere Herzen werden folgen. Dann werden wir wohl in diesem Spiel nur den Stich mit der Kreuz Dame überhaupt machen können. Gut, dass das so schnell zu erkennen ist, dann kann ich hier in Ruhe die Karo 10 abtragen, um diesen einen Stich, um diesen Ehrentreffer in diesem Spiel zu erzielen. Also ein souverän gewonnener Grang mit zwei Schneider, 96 Augen für Spieler 1. Ja, und auch das ist natürlich nichts. Und wie es denn so ist, wenn man Punkte braucht, dann sieht man das natürlich nicht gerne, dass da so gar nichts hinkommt, nicht mal die Chance, ein bisschen mitzureizen. Aber es ist ja nun mal so im Prinzip rein statistisch steht dir eben nur jedes dritte Spiel zu. Nun sind wir bei 20er Reizung einen Karo. Ich habe nur einen Trumpf, ich habe ein paar volle, also möglich, dass da was geht. Den schauen wir uns mal ganz genau an. Ich öffne hier aus der 10 zu dritt, ganz solide. Die anderen Farben sind auch möglich, man kann auch Herz 10 öffnen oder Pik 8. Aber ich habe mich jetzt hier für Kreuz 7 entschieden. So, und das ist eine Überraschung. Mein Partner, der ja eigentlich mehr Trümpfe haben sollte als ich, geht nur mit der 8 rauf und hat offenbar noch das Ass, denn es wird Pik Lusche abgetragen. Das ist natürlich kein gelungener Auftritt. Kann ich noch nicht richtig verstehen, was da die Intention war. Guck mal, Kreuz König hat er auch. Den hätte er doch wenigstens legen können. Also bin ich mal gespannt, ob das uns in diesem Spiel noch voranbringt. Gut, die beiden schwarzen Buben wird er wohl haben. Also jetzt die Kreuz 10 erstmal rein. 14 Augen. So, und da geht ganz schnell das Herz Ass drauf. Von Spieler 2, vom Alleinspieler. Jetzt muss man mal so ein bisschen überlegen, wie ist denn die Beikarte bestellt? Kreuz hatte er gar nicht. Eine Pik Lusche abgeworfen, aber Herz Ass ist er auch ganz schnell raufgegangen. Da vermute ich doch fast, dass der Spieler mehr aus der Not heraus aus seiner Pik 10 zu dritt die Lusche im ersten Stich abgeworfen hat und das ist insofern erfreulich, als ich auch noch mit Ass König dann auf diese 10 schnippeln kann. Es ist wahrscheinlich sowieso die einzige Siegschance für uns nach diesem verstolperten Start, also entschließe ich mich jetzt da die Herz 10 zu wimmeln und also Jagd auf die Pik 10 zu machen. So, da scheint es zu klappen. Herz hat er nämlich nicht mehr. Abwurf Pik Dame. Dann hole ich mir jetzt die Pik 10 ab. Ja, Spieler 1 hätte natürlich sein Kreuz Ass auch noch unterbringen können, wenn er direkt die Pik Lusche spielt. Dann hätte ich auch geschnippelt und danach das Ass hinterher gezogen. Aber 56 Augen für ein Alleinspieler gewonnen ist gewonnen. Wollen wir es nicht bis zuletzt durch optimieren. Das Spiel war einfach gegen diese vier Trümpfe nicht zu gewinnen, obwohl wir es nicht optimal gespielt haben. Ja, 40 Augen für mich ist ja auch wichtig, gerade in so einer Runde, wo kein einziges reizbares Spiel hier bei mir gelandet ist. Dieses Spiel jetzt wieder ohne Gegenwehr sehe ich natürlich auch eher schwarz, wenn es darum geht, hier nochmal eins umzubiegen. Immerhin, komme mit Karo König ran. Muss irgendwie fortsetzen. Ah, Herz 10 getroffen. Gut, die war sowieso blank, wie wir hier sehen. Das war also nicht zu verhindern. Aber auf jeden Fall ist schon wieder interessant. Das Spiel wird gar nicht über Trumpf vorgetragen. Spieler 2 geht jetzt schon wieder, wird schon wieder in der Fehlfarbe rum. Kreuz wird mein Partner wohl auch noch bedienen. Also so stark ist das Spiel wohl doch nicht. Vielleicht geht ja jetzt noch was, wo ich jetzt dahinter wieder sitze mit dem Pik Buben Karo frei bin inzwischen. Ja, da wird gestochen. Ne, das ist mir jetzt also zu wenig. Da werfe ich lieber mal die Herz 7 ab. Kann gegebenenfalls auf den Herz König dann jetzt auch nochmal schmieren. Erst nochmal, jetzt kommt eine Trumpfrunde, die ich tauche. Karo Ass, Abwurf, klar, dann kann ich schmieren. Ja, was passiert jetzt? Okay, er sticht. Ich glaube, den Stich darf er nicht mehr bekommen. Wenn der letzte Trumpfstich noch zu uns geht, dann reicht es vielleicht sogar noch. Ne, das ist aber nicht der Fall. Pik Ass beim Alleinspieler, dann gewinnt er hier doch einigermaßen deutlich. Auch dank der Herz 10 mit 72. Ja, wenn ich da eben abschmeiß, hat er aber auch gewonnen. Das war also nicht zu ändern. Von daher das beste Päckchen für Spieler 1 mit 186 und ich muss mich hier mit 40 Punkten begnügen. Das ist natürlich schon ein kleiner Rückschritt in meinen Ambitionen. 40 Augen ist nicht viel. Damit bleibt es jetzt an mir hängen, schon wieder das Risiko ein wenig zu erhöhen, die Schlagzahl ein wenig zu erhöhen. Das Ganze natürlich nur mit Hilfe des entsprechenden Kartenmaterials. Ja, das ist dürftig, aber nach 3 mal gar nichts sage ich doch mal mit 3 Assen hier 18. Und jetzt Überraschung, ich bekomme das Spiel bei 18, da muss doch fett liegen und jawohl. Herz 10, Kreuz Bube, das passt natürlich. Jetzt kann man fast den Grang machen, aber plötzlich denke ich mir doch, nee, 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 das ist jetzt vielleicht dann zu verwegen, wo ich nur einen Buben habe und in Pik mir auch Ass und 10 fehlt. Dann spiele ich doch lieber mit 7 Augen im Keller den ziemlich guten 5-Trümpfer-Kreuz. Aufschlag als König auch harmlos, unverdächtig, sitzt sogar 2-2, aber wenn der zu dritt sitzt, dann ja eher in Hinterhand, wo der König kam. Hier wird es jetzt plötzlich interessant. 4-Trumpf wohl doch bei Spieler 1 und kein Pik mehr. Das war natürlich jetzt relativ leicht zu erkennen und es ist auch egal, ob ich jetzt mit dem Trumpf Ass steche, das Trumpf Ass ist letztlich über, oder hier mit der Lusche. Das Spiel wurde jetzt bei gleichmäßigem Herzstand locker gewonnen. Ja, und da heißt es wieder Pause machen. Immerhin in dieser zweiten Hälfte gerade mal eine kleine 24-Punkte- Hausnummer, die mir sagt, dass ich noch ein kleines Lebenszeichen gesendet habe. Hohe Reizung, erfreulich. Wer möchte hier einen Pik spielen? Spieler 1 in Mittelhand hat den Pik gereizt. Spieler 2 kommt ran. Was hat der jetzt auf der Pfanne? Wenn er nicht Pik spielt, kann es natürlich schwer werden. Bin ich farbefrei? Habe ich 4 Trümpfe? Ah, es wird ein Nulluver. Hier ein wenig verdeckt ist die Kreuzflöte. 5 mal Kreuz, 7, 8, 9, König Ass. Das ist aber natürlich gar nicht das Problem an diesem Null, sondern Karo 8 und 10, wo ich die 7 habe zu dritt. Das heißt, es fehlen höchstens noch 3, also es fehlen noch 3 Karos. Selbst wenn davon keiner gedrückt ist, kann mein Partner die alle locker abschmeißen, denn ich habe genau die fehlenden 3 Kreuz, also der wird nicht funktionieren. Das Spiel können wir ganz leicht. Huch, was denn jetzt passiert? Mein Partner wirft Pik König ab, warum wirft er nicht Karo ab? Jetzt werde ich hier ein bisschen nervös. Ich denke, jetzt wechsle ich mal hier einmal die Farbe, möchte die Herz 8 rausziehen, weil mein Partner vielleicht da im falschen Film unterwegs ist und das Spiel auf der Herz 8 schlagen möchte, wo er die 7 hat. Das wollen wir ihm gleich mal zeigen, dass das nicht möglich ist. Jetzt will er sogar aufgeben. Nein, ich möchte nicht aufgeben. Wir können das Spiel immer noch über Karo schlagen. Zweimal kannst du abschmeißen, einmal kann ich dann noch von oben ziehen und dann die Karo 7. Also das muss er doch wohl jetzt verstanden haben, dass er jetzt ... Nein, das gibt's doch gar nicht. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Was ist hier los? Warum wirft er denn nicht Karo ab? Es ist doch ein offenes Spiel. Er hat doch nicht die Karo 7. Er hat nicht die Karo 7. Soll ich jetzt Karo König spielen? Ne. Er muss ja noch einmal das Karo As abwerfen. Er tut es aber einfach nicht. Er tut es nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Entweder er hat hier den Nulliver nicht richtig verstanden oder er hat gerade ganz was anderes gemacht, war in Gedanken ganz woanders. Für mich sehr ärgerlich hier. Der Rechner ist also kurz davor, aus dem Fenster zu fliegen. Es nützt ja aber nichts. Dann kann ich nur sagen, die 40 Punkte habe ich zwar nicht bekommen. Muss ich mich damit trösten, dass ich selber hin und wieder ja auch mal ein Spiel sehr glücklich gewonnen habe. Ja, nichts desto trotz. Das ist ein Geschmäckle, weil es so leicht war, weil es ein offenes Spiel war. Und ich habe schon eben nichts bekommen. Jetzt noch das. Na, wenigstens gibt es jetzt noch mal ein Spiel hinterher. Vier Buben kommen zu mir. Nur zwei Farben. Ein Spiel, was sich auf jeden Fall 60 oder höher reizen kann. Boah, da muss ich ja mal erstmal einmal durchschnaufen. So, gereizt werden muss das Spiel erstmal. Beide sind auch interessiert. Gut, es sind auch sieben Volle unterwegs. Vielleicht will einer auch Nulliver. Da, Nulliver vielleicht oder Karo. Oh, und Herz Ass gefunden. Das passt natürlich wunderbar. Das macht das Spiel zum Grand. Zehn Augen im Keller. Also hier ist jetzt wieder ein schönes, fettes Spiel, was mir dieses Päckchen versüßt. So, und dann wollen wir doch jetzt mal schauen, ob hier vielleicht sogar eine Schneiderschance möglich, also Schneiderschance haben wir auf jeden Fall, ob der Schneider funktioniert. Sieben Augen. Jetzt könnte geschnippelt werden. Ne, wird nicht. 22. Dann bleibt als letzte Ausfahrt die blanke Herz 10. Steht sie blank? Jawohl. Sie steht blank. Das war doch mal wie ein warmer Regen. Rest ist bei mir. Da passe ich jetzt auch ganz genau auf, dass ich da den richtigen Knopf drücke. Und dann habe ich hier ein nettes Päckchen mit 268 Punkten, wo man ja sagen muss, 40 sind mir irgendwie noch unglücklich abhandengekommen. Aber den wollen wir jetzt nicht zu lange nachtrauern, sondern weiter fokussiert zusehen, dass wir die Punkte aufstocken. Ja, damit aber nicht. Da fehlt mir jegliche Fantasie. Nicht mal ein Null-Ansatz, gar nichts ist das. Ist manchmal auch schön, denn in solchen Spielen kannst du natürlich auch nicht so viel falsch machen. Da haben wir einen Gang. Dann greifen wir hier mal in eine lange Farbe. Vielleicht sticht mein Partner was, aber nein, er hat selber das Ass. Er hat sogar das nächste Ass. Also rein mit den Bildern. Aber jetzt kommt die Zeit des Alleinspielers. Der sticht. Zieht man einen Buben ab. Herz hatte auch Ass 10. Ja, das wäre jetzt schon sehr überraschend, wenn wir in diesem Spiel noch mehr als Schneider freischaffen würden. Immerhin. Pikstich gemacht. Pik 10 wahrscheinlich gedrückt. Ein Bube noch und zwei Karos. Ja, aber das Ass selber, dann geht es tatsächlich nicht. 82 Augen ganz locker gewonnen. Ja, da ist doch was. Da sind doch mal wieder zwei obere Buben und zwei Asse. Das muss auf jeden Fall reichen, um erstmal zu reizen. Den Kreuz mit 2 kann ich reizen bis 36. Dann wird die Luft dünn, aber ich bekomme das Spiel tatsächlich auch auf 22 und finde die Verstärkung mit dem Herz Ass. Für den Grangen langt es vielleicht nicht. Da fehlt so eine 10. Gerade bei Gegenreizungen. Da wollen wir jetzt mal dann doch nicht übertreiben. Aber 0 Augen in den Keller und dann das Pikspiel mit der relativ guten Bei-Karte. So, da stellen sie mir gleich die Frage. Im ersten Stich. Die 20er Reizung kam von Spieler 2, also aus Mittelhand. Das heißt, den vermute ich jetzt nicht auf dem blanken Herz. Es ist immer so ein bisschen zweischneidig. Du kannst natürlich rausnehmen, wird häufig gesagt, nicht im ersten Schnippeln. Aber wenn die Trümpfe dann unglücklich stehen, dann kannst du es häufig auch nicht mehr reparieren. Also ich gehe hier ein bisschen ins Risiko. Ich bleib mal hier mit der Lusche unter. Vermute, wenn Herz krumm steht dann eher bei Spieler 2. Und das haben wir hier auch gesehen. Wunderbar. Jetzt komme ich erstmal zum Stechen und kann mit den beiden oberen Buben meine Stärke ausspielen, Trümpfe eliminieren und damit das Herz Ass letztlich auch schützen. So, Ampik König hier schon zu sehen. Trumpf muss eigentlich an sich 3-3 stehen, sonst wäre da unnötig Augen verschenkt worden. Also ganz schnell Trumpf Lusche weiter und vielleicht wird das Spiel sogar Schneider. Huch! Das allerdings ist irritierend. Trumpf steht doch zu viert. Spieler 2 hat da eben zwei Augen verschenkt. Gut hat er mich ein bisschen mit irritiert, ist aber nicht so schlimm. Dadurch, dass Karo Dame wegfällt, sind jetzt auch nur noch zwei Karos unterwegs. Das heißt, selbst wenn er mir den Trumpf abzieht und noch zweimal Karo bringen kann, meine beiden Asse gehen nach Hause und das langt mir ja. Also bleib ich entspannt. Karo sitzt sogar 1-1. Dann muss jetzt schon viel kommen. Mein Herz Ass macht den Stich. Das Kreuz Ass macht den Stich. Den Kreuz König können Sie gerne noch mitnehmen. Auch mit der Herz 10 nehmt es hin. Ich habe gewonnen. Das war mir wichtig. Schneider war jetzt gegen die 4 Trumpf doch nicht möglich. Ja, wie es ausschaut. War es das schon wieder gewesen? Hier nochmal eine absolute Nullnummer. Nicht als Null zu reizen natürlich mit Kreuz 9 und König und 10 Dame, aber Nullnummer im Sinne von Punkteausbeute. Auch hier schwer vorstellbar, dass im Gegenspiel was gelingen könnte. Grein wird gespielt bei 20er Reizung. 14, 28. Am Tisch übrigens lautes Mitzählen natürlich verboten, aber hier online kann mich keiner hören. Also zähle ich mal laut mit. Irgendwie muss ich weiterbringen. Karo getroffen. War das Ass des Alleinspielers. Der zieht den ersten Buben. Der zieht den zweiten Buben. Buben sind raus. Naja, jetzt wird er ja noch eine lange Farbe haben oder noch ein paar volle haben. Kreuz Ass, 10 Dame. Na, werden wir noch einen Stich machen. Kommen wir aus dem Schneider. Ja, im letzten Stich aus dem Schneider gequält. Und das bedeutet 83 Punkte für mich, 220 für Spieler 1, der mich aber gar nicht so brennend interessiert. Alles zusammen war das jetzt kein besonders berauschendes drittes Viertel in dieser Liste. Keine 400 Punkte gespielt. Insgesamt, wo komme ich hin? Jetzt auf 1443. Also es hätte schlimmer kommen können. Ich bin immer noch im Rennen. Ich habe mich jetzt hier schon vorgepirscht auf den, na, was ist es? 53. Platz. Aber das könnt ihr hier vielleicht an dem Balken sehen. Ich habe eben noch drei Päckchen zu spielen. Weiterhin bleibt die 2000er Marke oben stehen. Und wir sehen es auch, wenn ich einfach nur 500 drauf rechne, was ja schon ein sehr gutes Ergebnis wäre. 500 drauf würde nicht mal zum Dritten lang, dann wäre ich Vierter. Also das letzte Viertel, da müsste es jetzt nochmal richtig abgehen, die Post. Da müsste die Karte nochmal einen schönen Satz machen. Bleiben wir also gespannt, was passiert. Ich werde auf jeden Fall, da ich immer noch kein Spiel verloren habe, den Sensenmann weiter tragen. Dem bleibe ich treu, bis das erste Beachspiel kommt. Bleibt am Ball und schaut in den nächsten Wochen, wie dieses Turnier für mich ausgegangen ist.